Ich komme immer auf die Dinger an. Einen lächelt. Ich weiß, dass ich recht habe. Was natürlich bestätigt, dass du auch einen... Er ist gerade zu leidlich, sorry. ...rechten den Hammer hast. Momentan habe ich eine Haxt. Ne Haxt? Ne Angst. 13 Minuten hat Sennigal verpennt. Ja, das ist traurig. Aber vielleicht bist du eh noch auf dem ersten Platz. So, also... Jetzt ist Hammer-Time. Heißt es bei den Zwergen. Axt und Beinbruch. Wir müssen die Feste befreien. Feste, willkommen. Folgt eurem König. Ich bin viel schneller jetzt, gefühlt. Was ich nicht verstanden habe ist, wo hat man denn die... 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 Ausdaueranzeige. Das Ausdauer ist noch gut locker. Achso. Oh Gott, Rowdy hat jetzt auch so einen... Rundum-Schläger. Das erinnert mich ein bisschen an... Mordhawker, wie das heisst. Oh, keine Seuchenhymne. Tötet es mit Feuer, ist super. Wollte ich nur mal sagen. Falls ihr euch nicht entscheiden könnt, hm. Der war schon tot. Super, andere. Haha, scheiße. Nein, ich bin... Hast du gut gemacht. Wichtig, mit Heulung. Ah, jetzt starten wir auch ohne Heilzeug. Ohne Heulung, ja. Wichtig, mit Heulung. Ohne Heulung, ja. Müssen wir mal Heulung suchen erstmal. Wie kommen wir denn da rein? Was passiert jetzt? Ja, wir bekommen so eine Scheißseuchen. Ne, Seuchenrate. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. WTF, verrecke doch einfach. Ich glaube, ich muss das Blut echt ausmachen, weil es ist ein bisschen zu viel. Ich kann niemals zu viel sein. Ja, wir haben so ein schwarzes Blut. Also, was tut unser Ritter da hinten? Ja. Hat Ratten getötet? Einfach Metzeln. Ah, das Spiel ist so befriedigend. Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir. Ja. Ja, wenn man da die Mission fertig hat, hat man das Gefühl, man hat was geschafft. Bestimmt. Auf den Ratten niedergemacht schon. Ja. Da haben wir was Gutes getan. Scharki, kommst du? Wohin? Nicht der Rat. Achso, ja, ja, stimmt. Horror's wilde Beste. Scharki kommt zu, sagst du. Aber steht Scharki schon richtig? Immer auf die Steine draufhauen. Zwerge machen das. Da vorne ist Heilung. Brody, hast du dir? Oder Scharki, ich weiß nicht. Wow, der ist seitlich ausgewichen. Brody hat weniger. Also, ich bin mit der Stufe von der Krillian nicht zufrieden. Was meinst du? Eher die F-Attack zum Beispiel. Ist für mich jetzt nichts los. Da bin ich bis zu 5 Sekunden unsichtbar. Oder halt bis ich angreife. Das ist mega gut. Nein, weil ich, weil ich, ich bin, ja, die Schnetzle einfach rein. Ja schon, das ist bei den Kleinen, ist das auch egal. Gasrate, wo, wo, wo? Die Gasrate habe ich schon. Ah. Ja, ihr habt sie gerade runtergeschossen. Das ist nicht die Gasrate gewesen. Ich habe die Gasrate erledigt, du hast den Knochen-Typen da gekillt. Oh shit, Bomben, Bomben, geht auseinander, geht auseinander. Wir haben Bomben an uns. Geht auseinander. Oh, gleich noch eine. Oh, gleich noch eine Bombe. Bleibt auseinander. Genieß zusammen. Ja, okay, hau ab da. Ja, ich hau ab. Ja, ich hau ab. Uff, so. Jetzt geht's wieder. Ja. Die meint das gut mit uns, oder? Die Bomben sind ja cool. Ist ja Quedulux, super. Alter, von hinten und von vorn, dreckiges Rattenpack. Ja, ich bin doch bei dir. Das war nicht. Das war nicht Brudiger. Ihr müsst vorsichtig mit den Treffenpunkten umgehen. Nicht mehr reinmetzeln. Wenn wir fertig sind, dann koche ich dir einen Apfelmus. Ich habe gehört, es wäre gestehen, ob Apfelmus. Lass mal allein. Warte, komm zurück. Da geht's auch in eine Richtung. Wollen wir nicht das untersuchen? Vielleicht gibt's einen Heiltrank oder sowas? Ja, machen wir. Kein Problem. Da gibt's Pfeile. Die nehme ich. Sonst gibt's leider nichts. Da geht's runter. Ein fritischer instabile Rast. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch für uns. Okidoki. Hat Zwerge stehen auf Apfelmus? Nein. WTF? Was war das? Ja, die explosieren. Die haben fest auf dem Ritz. Ah ja, sehr gut, Schatz. Was ich sagen wollte vorhin... Nein, Brody hat auch viel Geschatz. Ah, sehr gut. Sehr gut, Schatz. Einländer. Was ich sagen wollte vorhin. Du hast eine super Fähigkeit, weil du ihm... Also die erste Attacke, die du machst, wenn du unsichtbar bist, macht 50% mehr Schaden. Das bedeutet, wenn so ein Riesenmonster kommt, das uns die Community auf den Hals setzt, dann machst du dich unsichtbar. Ja, hab ihn. Und tötest du ihn. Und die Ratte habe ich auch. Die Gaswarte. Ich will mich gleich auf, aber das Gas. Ja, wir müssen kurz warten. Ich habe einen Heiltrank für Enlen. Komm her. Wo wissen du? Da. Oh, das ist so nett. Ja, das ist schon krass da hier. Ja, ja. Nicht mal, dass du durchschnellst. Wir müssen jetzt öfter blocken. Mh? Aufhören. Echt gleich hinten! Oh fuck. Das ist jammeck. Ach, genau. Es ist eine Welle! Ah, nicht mehr Schatz! Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Jetzt brauchen wir unbedingt einen Heiltrank für Rowdy, weil... Oh, ich bin auch fast tot, what the fuck! Ja, die machen Schaden. Komm, wir suchen mal ein bisschen was zu heilen. Bombe hier bei mir! Ja, nehm. Segen der Geschwindigkeit! Ja, runter muss man. Rechts. Vielen Dank! Wo sind wir? Ja. Da. Nichts drin in der Geschwindigkeit. Ja. What the fuck, der ist ausgewischt. Ja, ja. Wir sehen alle nicht mehr so healthy aus, oder? Ich hatte noch keinen einzigen Heiltrank. Ja, da oben kommt er runter. Oh, ich... Da ist die Red. Da kommt er von hinten. Sehr gut. Ja. 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 Ja, das ist die Erste. Ja, aber wir müssen ein bisschen vorsichtiger reagieren. Ja. Also bei den ganzen Wellen und so dürfen wir wirklich nicht mehr so einschnitzen. habe ich nicht gemacht ich habe keinen einzigen hat eigentlich gemacht haben wir alle nicht gemacht schwierig schauen wir die gerade match mit sieben fanden wollen wir die vorbeiziehen lassen die kommen sowieso runter wartet geht nicht zu weit runter die können wir doch hier abknallen und dann kommen sie so jetzt kommen sie kommst du zurück rowdy high ground kommst du hoch du kleine stück scheiße verbandszeug endlich mal vielen dank jemand braucht gibt es jemanden der es braucht rowdy braucht auf jeden fall verbandszeug und schalke die sind immer zu schnell das ist tatsächlich nicht so tragisch weil wir uns gegenseitig heilen können ja hoher hoher ist ja eine bombe Aua! Da wo ist ein Gart gerade? Hab ich ihn gefunden? Haben wir den Zauberer? Ja, ja, hab ich. Der hat sich direkt in meine... Der hat sich direkt in meine... Da geht's ja nicht weiter. Da, oder? Achso. Irgendwer kriegt jetzt gleich Blutverlust. Also für einen Zwerg redest du wie ein Madl. Glaubst du es gibt keine Zwergenmädel, Mireille? Und Gesundheit, Schatz. Hier liegt ein Stärkertrank drin, unverbracht. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, hier ist es offen. Das war vorher zu, oder? Ah, dann können wir hier rüber gehen. Super, jemand bekommt Blutverlust. Ich bin das, ihr Arschlöcher. Leck mich am Arsch. Gut, gut, Schatz. Ist mir egal, ich bin auch mit Blutverlust unaufhaltsam. Wenn ihr Munition findet, dann... Hier ist ein Heilbruch. Nehmt ihr mit? Ich nehme ihn mal mit, aber ich gebe ihn weiter dann. Da ist noch einer. So, hab ihn. Patrouille? Ich sehe sie noch nicht. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Oh, die kommen von da unten. Aber er kann ihnen flach aus dem Weg gehen. Oh, da kommen sie. Oh, scheiße. Hat jemand eine Bombe oder sowas? Ja, ne? Shit, da ist ein Zauberer. Sehr gut. Oh, shit. WTF von hinten? Weg in sofort. Wo ist der scheiß Zauberer? Nein. Shit. Oh, hier! Wo ist der scheiß Zauberer? Ja, ich habe ihn, glaube ich. Lecherlich. Lecherlich. Da kommt nicht. Irgendwas? Nein, war nur mit dem Facken vor dem Falsch erlassen. Ich schau nach oben, okay? Wenn mir jemand den Rücken freihält, ist alles gut. Wir können Rückhand-Rücken kämpfen, Schatz. Oh, shit. Das sind ganz schön viele. Oh, fuck. Ich bin im Ernst. Von den Barbaren. Ja. Was ist da unten? Lass sie hochkommen, Schatz. Ja. Lass sie hochkommen, Schatz. Lass sie hochkommen, Schatz. Lass sie hochkommen, Schatz. Lass sie hochkommen, Schatz. Hier, verdammte Scheiße. Ja, wenn wir jetzt aber Blitlings... Ja, wollen wir da auch runterlaufen? Ja, die Blitlings? Ich werde wieder gemesselt. Ja, warum läufst du denn da nach unten? Ich war immer nach unten mit Rody und ich habe mir Oli geholfen. Was ist denn los mit dir, Prime? Ja, schau mal. Da ist eine Treppe. Was ist denn los mit euch? Warum läuft ihr da runter? Ich war hier vorne mit Rody, dann kam die Welle vom Berserker und dann hat Rody wieder gemesselt und ich musste mich am Leben halten. Was ist los mit dir? Ich kann euch einfach weglaufen und Rody allein lassen. Was ist denn los? Wir müssen einfach besser aufpassen und in eine bessere Position kämpfen. Ich bin vom Zauberer ganz über der Brücke gespürt. Shaki, warte mal. Nein, ich will diesen. Nein, behalte ihn. Ja, gut, dann stürb halt. Ich will ihn nicht. Super. Shaki, Schatz, nimm du ihn. Ich will ihn nicht. Dem Instinkt folgen. Das war keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Ach, das heisst, wir haben keine Anzeige. Keine Hats, wir sehen, ich kann bestellen, oder nicht. So. Wieso, jetzt? Lass dich wirklich anzeigen. Bis oben und oben. Oh man hat auch. Alles gut, ich habe den. Okay. Läuft ja irgendwie schon wieder so schnell. wo sind wir? Ja. Da unten. Da unten. Da unten ist ein. Da war. Da war. Ich bleib bei dir eigentlich nicht, ich bin der Letzte, ich weiss nicht wo die anderen sind. Ich bin hier eingekesselt gerade ein bisschen. Ich wollte noch ein bisschen High Ground haben. Da drüben ist ein Heiltrank übrigens. Da kommen jetzt viele. Ja. Da ist uns immer wieder weiter zurückfallen Schatz. Ja. So. Achtung. Ich komme ja nicht mehr hoch. Von oben vom Ausgang kommen sie. Geh zurück. Nimm den Heiltrank. Ich komme ja nicht mehr hoch. Jetzt komme ich leider nicht hin. Und da? Ja. Ich muss kurz warten. Ja. So. Jetzt nimmst du diesen scheiss Heiltrank dahin. Ja. Ich bin nämlich. Den habe ich nämlich dahin gelebt. Geh runter von mir. Oh shit. Kommt runter von mir, sonst kann ich loslassen. Ja, das ist nur zu los, ich kann nicht helfen. Ja. Alter Schwert, der war knapp. Dann geht, 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 geht. Fuck. Oh mein Snitch hier. So. Seht ihr Chat? Der wird geblockt. Der ist ja ekelhaft. So, dann lass uns mal ein bisschen. Der Ekelhafter. Lügiger. So weit geht's. Uiuiuiui. F drücken. Ja, danke Mireille. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Das müssen wir viel öfter. Einsetzen. So. Schnell. So weit geht's. Blitzschlag. Blitzschlag. Und schütze. Lassen wir uns zusammengehen. Ja, ja. Weil sonst fahren wir uns gegenseitig. Mal. Oder kommt denn? Oh, Regeneration wär super für irgendjemand. Lass die, lass die da drin, lass die da drin. Die stecken auch, die kleinen Wichser. Irgendwo würde ich's nicht hier sagen. Ja, ja. Doch, Liga. Oh, und, glaube ich. Ah, ist gut. Bewacht den Eingang hinten. Zeig mir Bescheid, wenn ihr weitergeht. Dankeschön, Chef, für die Regeneration. Hab ihn, mit deinem. Sehr gut. Nicht 350, aber ein Jump-Schuh-Schottel. Ihr seid echt nett, vielen lieben Dank. Achtung, hier schon. So ist es anspruchsvoller. So gefällt mir gut. Oh, shit. Lasst uns in die Enge gehen, da wo wir gerade hergekommen sind. Okay. Komm zurück jetzt, damit wir sie leichter bekämpfen können. Da wo Enlin drin ist. Und dann immer abwechseln. Da muss er nicht immer Schaden machen, aber kein Problem. Ach. Sehr gut, wir sind eh wieder voll. Super, Dankeschön, Chef. Ja. Aber nur, weil Enlin so nett gefragt hat. Also keine Lux. Und weil wir euch dann weiterquellen. Ich wundere, dass wir alle Regeneration haben. Ich bekomme schon wieder einen Flug von euch. Es ist, weil du eine kleine, robuste Welt stark, wenn man es hier macht. Ja, ich weiss schon. Oh, fuck. Oh, shit. Aua. Was, ich habe verfehlt? Es ist ein Anreinsfluch. Boah, ich nehme viel Schaden. Hilfe. Hilfe. Ja, du stirbst jetzt wahrscheinlich gleich. Das macht relativ viel Schaden, ja. Okay, das war's. Nein, ist noch nicht vorbei. Ich lasse dich nicht bewegen. Warte, ich muss mich voll bewegen. Na gut. Ich habe noch einen Halt rein. Ich habe leider keine Pfeile mehr. Kannst du irgendwo nicht sehen. Ich habe geblockt mit deinem Miebitch. Na, ich auch. Ach, das ist super, wenn einer immer ein bisschen blockt und der andere schnitzt. Ach, du schützt uns. Gerade der kann wer schützt. Ja, aus dem Weg. Habe sie. Hast du? Ja. Und wie gesagt, zusammenbleiben. Das wird nicht so gut. Ja, super Herr der Ringe. Jetzt sind wir... Oh, shit. Oh fuck, wir geben die Bombe! Habt ihr eine Bombe? Bekrieg, wer sehen, dass die Geschwindigkeit ist aus. Oh ja, da ist... Einfach drücken, Leute, wenn ihr könnt. Warte, was mach ich hier drin? Du bist nur für die Wickengeber. Nö, bei mir nicht. Nein, das kann sich ja viel zu. Nein, meiner ist nur für die Singlesale. Hier liegt was! Rackblade Bastards! Hallo! Das geht hier nicht im Wasser, super! Ah! Ich hab die Götling! Der Rättling! Ich hab noch drei Schüsse. Drei! Seitdem ich auch... Und hier ist noch der Bombe. Wo ist eine Bombe? Wo ich... Markieren? Achso, mit T markieren. Fluffy Power! Penny Mark, dankeschön für deinen Prime Sub! Herzlich willkommen hier! Du sagst das aber auch geil! Der Rättling! Aber der rät oft das Geiben Blabla! Oh! Oh! So richtig! Ach! Ich block ihn! Ich block ihn! Ach, es ist nervig, dass ich keine Pfeile habe! Ja! Ja! Es kommt wie gesagt, ich hab noch drei Schüsse! Der Witz, ich hab mich jetzt so geskillt, dass ich plus 100% Kapazität habe! Das heißt, ich hab eh 99 Pfeile! Per Magnum! Was ist denn? Ich hab mich einmal Munition gefunden hier in der Mission! Ja, da müssen wir mal schauen! Wir haben irgendwo jetzt sicher eine Kiste! Da ist eine Kiste drüben! Ich war eine Kiste bei mir! Bis heute! Oh ja! Achtung! Achtung! Oh! Immer blocken! Ah! Es ist blocken! Aua! 1 2 2 1 1 1 2 2 1 Ich hab mir Schalki Sehr gut gemacht Ich hab einmal ein paar Bandszeuge, ich wärm verreckt Ich hab auch noch einen dran Nein, warte Behalte jetzt mal drauf, falls jemand drauf geht Lass mich arbeiten Hier ist noch mal ein paar Bandszeuge Hier ist noch ein paar Bandszeuge Bandszeuge machst du eh nicht viel auf dem Ganzen Wo lang? Meine kleine Freunde Wollen wir hier jetzt auch noch irgendwo hin? Wollen wir hier mal gucken, wo es ist? Ja, lass mal schauen hier Horrors will der beste Gezogene Waffen Das ist eine Kiste Hashtag A Das wär super toll, wir brauchen Verbandszeuge Äh, wir brauchen Da ist ein Frank Hier ist noch ein Pfeil Frank Ja, ich hab... ich carry einen für euch mit Also... Uh, ja, dankeschön, Chat Die spawnen uns vielleicht nicht Habt ihr den Hellkrank voran mit? Ne, 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 ich chill da Ich hab... Scheiße Da kommt jetzt, da kommt jetzt irgendwas Shit, 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 shit Irgendwas brüstert hier Ich hab sie Das war eine... Siehst du, ein Springer Da oben ist eine Kriste Ja, da oben ist eine Kriste Kommt man da hoch? Nein Steig auf meine Schultern Der Chat, der Chat gibt uns gezogene Waffen Moment, Moment Hier Wo droppen die gezogenen Waffen hin? Die sind Munition hier Oh ja Ah, da hinten noch Aber hat der Chat uns die jetzt gegeben, oder? Das weiß ich nicht Weil er hat gezogene Waffen Sehr gut Vielen lieben Dank Das sind gezogene Waffen Das da Das sind gezogene Waffen Das sieht nämlich so aus bei denen Weil sie es uns geben Ahm... Mann, wer braucht einen Heiltrank jetzt? Ich hab noch Also ich hab einen Heiltrank Aber ich nehm den nicht Irgendwo ist ein Gunner Da, hab ihn Sehr gut Das war ein anderer Wikinger Das ist nicht aufgefallen, oder? Später? Ja, das ist nur ein bisschen Unterschiede Stimmt, das letzte Mal sind wir unten verreckt Wir haben uns jetzt in die Feste geschlichen Scheiße, lasst uns hier oben stehen bleiben Wenn die jetzt kommen Dass wir hier auf diesem engen Durchgang kämpfen können Also zurück, Schatz, komm zurück Dass wir hier auf dem engen Durchgang kämpfen können So, sehr gut So, sehr gut Schön, da kommt die nächste Ja, kommt irgendwas mit Knochen weg Ach, gerade falsch geblockt hier Super duper Da wäre ein Verbandskasten Ich glaube ich, neben dem jemand kann den Heiltrank nehmen War auch nicht so viel Oh ja, gut Komm mit der Muni, folgt Achtung Achtung Hast du volle Muni? Da unten, da sonst Oh Nehm ich Einlein, hast du viele verschossen? Sonst nimmst du den lieber Danke Schatz Was, was? Willst du den lieber haben da? Hast du viele verschossen? Nein, nehm du, nehm du Ich hab noch 83 Pfeiler Ah ja gut Zauberer kommen gleich Zauberer kommen gleich Zauberer kommen gleich Nein Ich bin ja kein Zauberer Ich hab voll Angst vor dir Ja, sonst kriegen wir halt grausame Haken Da sind die, die vielleicht verbleppen Es sind grausame Haken Kommen die von vorne? Nein dinner Woha Woha Ich hab als Beispiel Zauberer Ja, Lad Ich hab' einen Ich hab' einen Kann ja nicht abwerfen Jaja, ich weiß Oh, ist hier oben Oh ja, komm zu mir Oh, ist auch gut Ach, da ist nur so ein Horn gewesen. Ja, das müssen sie aufsammeln. Da bin ich ja gekürzt. Ja, die habe ich schon mitgenommen. Dafür gibt es Punkte. Rattenpack, außen weg! Da kommen ziemlich viele. Aber wir könnten hier an der Spitze ausdrucken. Das ist das richtige Rankenschalke. Ich weiß nicht, was es ist, Rowdy, aber der Chat hat dir das gegeben. Von hinten kommen sie auch. Schatz, schaust du nach hinten? Ein bisschen schneller Schlitzer. Schach und ich schauen nach vorne. Und ihr werft immer wieder einen Blick nach hinten. Ihr könnt natürlich auch nach vorne schauen. Ich kriege das Rattenpack. Ich kriege das Rattenpack. Ich kriege das Rattenpack. Ich bin's ein Lieblings-Bomber. Ich kriege das Rattenpack. Oh ja, ein Zauberer, Moment! Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wo ist denn der Zauberer? Oh, da kam gerade voll was Blödsinn Wo ist denn? Wo ist denn unten? Ja, wir sind weitergelaufen Oh, schön, siehst du hier! Oh, ich hab den Zauberer Einen zumindest Sehr gut War ja gut, oder? Schießen die auch auf uns? Nein Chat fleißig am Voten Segen der Konzentration Segen der Stärke Ich bin hier den Turm hochgelaufen Wo seid ihr da unten? Ja, unten Oh, hier ist eine Kiste Natürlich ist nichts drin Die trollen mich So, kommen wir da Feuere die Kanone auf die Katapulte Ich hab einmal Verbandzeug gefunden Und eine Brandbombe Ja, Munition hab ich noch Weitere wo hier ist Da Ach, hier auch Danke Bitteschön Outroading Ich zu sehr Ich hab noch kleine Stummelbeine Ich bin zwar ein guter Sprinter Ja, gib ihm Ziele und gib ihm Oh, sie kamen Oh, sie kamen Ja, da nimmt einen Zug an Ja, da nimmt einen Zug an Ja, da Ja, rechts Ja, rechts Die Katapulte haben wir Nein, nein, da sind noch mehr Wie feuer ist danach Links Blick, oder? Wurde ich schätzen Weiß nicht Da steht nur Ziel Macht's vielleicht Alleine Dann macht Rowdy das Ich decke links Jemand muss nach Frontal decken Und einer rechts Schalke ist eh meistens rechts Ja, dann macht es Frontal Aber da kommt er ganz rein Ja, wichtig ist, dass ihr Frontal beinhaltet auch Alle, die bei uns durchgehen Damit unser Ja, siehst du ja Rowdy nicht hinten angefangen wird Puh Wie sieht's aus? Puh 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 Wie sieht's aus? Puh 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 Ja, da hinten Die Kanone Wenn ich da rüber kann Ich denke, komm mal gerade vor Ist rechts ok, oder? Wenn es halt hier ist Warte Rowdy, bin ich nicht alleine vor Warte Rowdy, bin ich nicht alleine vor Warte, Rowdy, bin ich nicht alleine vor Oh, die laufen nicht rein, los Nein Schütztöchter Oh Da hab ein bisschen Angst Das hat ohne mich gelaufen Komm zu uns Komm zu uns Komm zu uns Ja, wir kämpfen nicht gleich Wir holen Rett-Munition Aber wir kämpfen nicht Ich kämpfe auch Oh, er setzt ihn auf mir Auch Rettenschön Wir sind Rett... Wir ratten den Wir-Ratten den Ist er zu der Munition, oder wie lange ich stehen bleibe? Scheiße, wohin geht's denn? Das hat mir richtig gegeben, der Tipo. Ich bin wieder hin. Trau dich! Nice! Also los, weiter rücken. Ja, zu mir. Wir folgen Sharky. Rowdy, kommst du? Ja. Hier ist unser Wattpack. Wahrscheinlich, wenn ich zu gut fallen könnte ich das eigentlich richtig geschlagen, ja. Muss wir hier hoch, oder was? Komm her! Oh fuck, komm her! Wo seid ihr? Fuck, fuck, fuck! Ah, shit! Ich bin, ah! Super. Ich bin falsch gelaufen. Ich weiss nicht, wo ihr hin seid. Ja, das war jetzt auch mal. Ach, André, ich hab dich. Ja, ja, ich seh, aber ich weiss nicht, wo... Hast du ein Verbandszeug im Eck? Hast du das aufgenommen? Nein, ich hab schon Verbandszeug. Trage ich gerade. Ich weiss aber nicht, wo sie hin sind. Sind die oben? Ich kann nicht schneller. Ja, wir sind hier oben. Wir wissen nicht, wie wir hochkommen. Da ist ne Leiter. Da ist ne Leiter. Da ist ne Leiter. Ich hab die Leiter aufgenommen. Ah, ja. Da ist ne Leiter. Da kann ich nicht helfen. Und so umzingelt. Da bin ich umzingeln, diese Schweine. Die sind dreckig Ratten, ne? Sehr schartig. Da unten ist was. Da ist ne Kugel. Ja, die haben auch gerade mit Farben, nochmal. Komm, selbst in. Oh, shit! Oh, shit! Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Der hat mich. Der hat mich. Der trägt mich. Der frisst mich. Der lutscht an mir. Der lutscht an mir. Werft ne Granate. Schiesst auf die. Das ist ne Granate. Das ist ne Granate. Rückzug! Er hat mich. Lass mich zurück. Er hat mich nicht mehr. Aber ich bin tot. Also ich liebe den. Oh mein Gott. Scheiße. Ich hab kein Loch. Ja, lass mich nicht ab. Ne, ne, ne. Der hat mich. Der lutscht an mir. Ja. Tarki kriegt einen gelutscht. Find ich gut. Ja. Knapp, knapp. Das war's. Ja, wir sind einfach losgestürmt. Das Problem ist, dass kommen wir die ganze Zeit Gegner. Ja. Schon zu ihm sagt Sieg. Die ganze Zeit kommen ja Gegner, ne. Oh, schwierig.